Hallo Oldtimer-Freunde, ich möchte euch heute hier mal noch ein paar Bilder zeigen von einer Schneefräse. Seht euch einfach die Bilder an und wenn ihr sie etwas genauer sehen möchtet, drückt einfach die Pause-Taste und zoomt sie euch heran. In meinem Kanal findet ihr auch noch viele weitere Oldtimer aus DDR-Zeiten. Wenn euch die Schneefräse auch so gut gefallen sollte wie mir, würde ich mich über eine positive Bewertung von euch erst mal freuen. Also nochmal viel Spaß beim Einsehen der Bilder. ... ... ... Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020